Ihr habt ja gedacht, dass man hier hochkommt. Ne, look! Ihr habt das schon hundertmal gemacht. Jedes Mal tut gleich weh. Bis die Kopf haben euch kippt. Alles klar. So. Jetzt hört genau zu. Ich ziehe jetzt bis drei. Auf eins habt ihr euch bereit. Nicht bewegen. Auf zwei nehmt ihr die Füße vom Rad. Auf drei lauft um euer Leben. Auf zwei die Füße, auf drei weg. Eins, zwei. Drei. Laufen, laufen, laufen. Sehr schön. Ja, alle weg. Applaus, Applaus, Applaus. Ich bin das besser weg. Warte, ich mach ne kurze Pause. Ihr seht das. Super. Einfach noch ein bisschen aushalten. Kannst du noch ein bisschen wachsen? Ich bin nicht so. Es geht so. Besser Nummer eins. Besser Nummer zwei. Nummer zwei. Nein. Der Tod trinkt der Apfel. 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 Ja. 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 Entschuldigung. Der Apfel ist überraschenderweise kleiner als wir erwartet. Ja. Ja. Deswegen haben Selina und ich ein neues Finale vorbereitet. Äh. Und zwar, äh, zur Feier des Tages machen wir das sogenannte Schweizer Finale. Selina, stell dir den Apfel auf den Kopf. Kannst du mir den Apfel zuwerfen? Und zwar von unten nach oben. Geht das? Ja. Guck mir an. Genau. Und auf drei. Ich bin ein Needing-Dienst und heute bin ich hier mit meiner Show nur für euch. Ja. Applaus Applaus Auf drei, werfe ich das, was vom Apfel übrig ist, in die Luft, springe auf die Erde und auf der Erde schneide ich den Apfel in zwei. Ja, genau. Die Zahl ist nicht das Problem, aber danke. Und... Applaus Drei Prost 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 Applaus Prost 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 Vielen Dank.